Guten Tag, willkommen zuerst mal wieder mit dem Mario Frezel. Heute wieder auf der Version von Letzter und Letzter und Letzter und Letzter und Letzter, was ihr mit daran auflösen könnt. Und ja, ähm, jetzt habe ich ja gefragt, wie man, wenn man ertrinkt, weniger Herzen verliert. Sonst verlieren wir jetzt viele Herzen, aber ich würde das reduzieren, den Herzenverlust. Dazu brauche ich kurz noch was hier. So, muss ja nicht groß sein, das Ding hier. So, zack, 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 zack. Duft, 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 duft. Dann noch Wasser. Fürs perfekte ertrinken. Okidok. Dann brauchen wir einen Helm. Mit Atmung. Ja, Resurrection ist das, ne? Bein ganzer habe ich ja noch raus. Ich gehe in den Game Mode. Und wir werden feststellen, dass wenn die Herzen abgelaufen sind, äh, die Blasen, dann werde ich auch, äh, weniger Leben verlieren. In der Zeit, wo das jetzt hier runterläuft, kann ich ja schon mal das, neue Risiko da vorstellen. Und zum Beispiel für mich wissen, wenn man hier in der, im Creative, was ich das gar nicht offen habe, ist doof. Ja, nur die, also größtenseits nur Blöcke, wie gesagt, bekomme. Und Dekorationsblöcke. Aber jetzt keine Sparte oder so. Oder, Werkzeuge halt so. Und das sind einfach nur, eigentlich nur, hauptsächlich nur Blöcke. Und Dekorationssachen. Ja. Oh, nicht, dass man einfach den, äh, einfach in den Tab geht. Für Blöcke. Das nicht. Sondern richtig mit dieser Suche halt. Dass er trotzdem halt nur noch so, Blöcke am getrackt werden. So, jetzt sind die ganzen Blasen abgelaufen. Und jetzt. Ich hoffe, wie sie noch besser sieht. So, jetzt gebe ich, bis wir mal so'n. Hab ich jetzt schon immer noch so bekommen. Na, normalen Fall. Wir machen wir genau hin. Das geht schon viel, viel langsamer. Und ich sterbe, glaube ich, fast. Auf jeden Fall, ja, mit diesem Respirationalhelm können wir tatsächlich auch nicht nur die Bläschen, dass sie immer gleich an Landberg gehen, sondern auch die Herzen beeinflussen. Dass sie auch, dass sie auch scheiße. Dass ich, äh, langsamer sterbe. Jo. Das war die Auffassung vom letzten Rätsel. Das war jetzt, das ist klar. Ich bin halt hier, in der Suche hier. Eigentlich hat nur Blöcke am Sonnenzeit bekommen. Nicht Werkzeuge oder so. Oder hier, diese Bücher. Na. Sondern nur Blöcke und so. Alles klar, das habe ich damals gewesen. Ich habe euch jetzt gefallen. Also, Prüster, dann klar. Ach, wir vergessen. Tschüss. Ich komme halt.